Dieser Mann kommuniziert durch Musik. 2019 kam er ins Finale des Vocation Music Award in Österreich. Von Österreich geht es jetzt in die Schweiz. Dort war er ein Jahr tätig, auch als Leiter der Musik bei Radio Maria Schweiz. Heute ist er tätig bei Hope City München, auch als Leiter des Musikressorts. Letztes Jahr ist aber noch viel mehr passiert. Er durfte seine Traumfrau Elena heiraten. Er wird hier berichten, wie das alles zustande gekommen ist und seine Traumfrau ist auch dabei. Es gibt auch eine musikalische Einlage, also ihr dürft euch freuen auf Dr. Tobias Emanuel Meyer und seine Traumfrau Elena. Ja, so schön hier zu sein, ist mir eine große Freude und Ehre, dass ich auch schon Musik machen durfte und dass ich jetzt hier stehen darf, zusammen mit meiner Frau Elena. Hallo, ja, ich bin froh, heute hier sein zu dürfen. Und es ist eine besonders große Freude, dass Sie mit da ist. Ich mag es überhaupt nicht im Rampenlicht zu stehen. Das ist ein bisschen mehr mein Metier. Und jetzt dürfen wir heute zusammen diese Geschichte erzählen, wie Gott uns auf diesen gemeinsamen Weg geführt hat. Und der Reihe nach will ich euch da mit hineinnehmen, ein bisschen stärker von meiner Sicht. Elena wird auch immer ein bisschen ihre Sicht mit hineinbringen. Und da ich Musikmissionar bin, so nenne ich mich gerne, Musik und Glaube verbinden, ist mein Herz ins Anliegen, möchte ich auch damit starten mit einem Musikstück. Ich nenne es gerne, ich bete in Tönen, ich gebete in Tönen oder Tastengebete. Das heißt in seiner Gegenwart. Und genau das ist auch unser Anliegen. Wir stehen, wollen es auch jetzt hier mit diesem Zeugnis in seine Gegenwart stellen. Und damit beginnen wir jetzt auch. Ich bin jetzt hier mit dem Zeugnis in Tönen. Ich bin jetzt hier mit dem Zeugnis in Tönen. Ich bin jetzt hier mit dem Zeugnis in Tönen. Ich bin jetzt hier mit dem Zeugnis in Tönen. Ich bin jetzt hier mit dem Zeugnis in Tönen. Ich bin jetzt hier mit dem Zeugnis in Tönen. Ich bin jetzt hier mit dem Zeugnis in Tönen. Ich habe selber schon ganz früh ein starkes Bekehrungserlebnis gehabt. Ich war gerade neun Jahre alt und bin bei einer Evangelisation nach vorne gegangen und habe dieses Gebet dort nachgesprochen, diese Lebensübergabe, Jesus das ganze Leben zu geben. Und ich weiß noch heute, es war wie so ein Feuerbrennen durch meinen Kopf, vom Kopf zu den ganzen Körper. Auf einmal war da eine Riesenfreude da und seitdem dachte ich quasi, ich werde Missionar. Also ich möchte Glaube und Musik in die Welt tragen, einfach diese Liebe, die ich erfahren habe, weitergeben. Und so hat mich mein Weg dann auch musikalisch ins Musikstudium geführt. Eine Zeit, wo ich auch immer wieder nach Berufung gefragt habe. Für mich war das ganz stark, erst mal Jesus Punkt, Jesus allein, diese Suche nach Wahrheit, die mich angetrieben hat. Und ich immer wieder auch gefragt habe, Gott spricht auch heute noch. Das war so eine Erfahrung, wenn es in der Bibel steht, dann glaube ich, ist es heute auch gültig. Und in dieser Zeit kam auch bald das Thema Beziehung, das kam immer wieder mal rein. Immer wieder auch Kämpfe gewesen, immer mal wieder auch Tiefpunkte, weil es irgendwie da nicht gelungen ist. Und inmitten so einer Phase wieder mal, ich war Anfang 20 und habe mir mal gedacht, oh Herr, hilf mir da. Und war nach einem Gebetstreffen, hat mich dann jemand gefragt, kann ich für dich beten? Und ich sagte, ja natürlich, gerne. Und die Person, die für mich gebetet hat, hat auf einmal gesagt, sie hat einen Eindruck für mich. Ich sagte, okay, spannend, aha. Und sie sagte, sie glaubt, sie soll mir von Gott sagen, ich werde die Frau für dein Leben zu dir führen, du brauchst nichts zu tun. Ich dachte, hä, ich habe dir nichts erzählt, dass ich da gerade kämpfe in dem Thema. Und hat mal gefragt, wie meinst du das, ist da los? Und da hat sie nochmal gesagt, sie hat wirklich gesehen, wie ein Bild, wie Gott die Frau für sein Leben in seiner Hand hält, sie zu mir führt und ihre Hand in meine legt. Und dieses Bild hat mich auch weiter beschäftigt, gar nicht nur auf das Thema Beziehung, sondern auch diese Frage, Gott immer alles hinzugeben wieder und zu sagen, Gott, hier sind meine leeren Hände, füll du. Und da habe ich die stärksten Sachen mit ihm erlebt, wenn ich gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr, du musst zeigen, was du drauf hast. Sehr gefährliches Gebet, kann ich euch nur sagen, Er liebt es, zu zeigen, was er drauf hat. Und so bin ich diesen Weg weitergegangen und dann kam so die Sehnsucht nach Einheit dazu. Also diese Suche nach wahrlicher Sehnsucht nach Einheit. Und ich habe das erste Mal so stark in Wien oder dann auch in einer Zeit in Augsburg so lebendige Katholiken kennengelernt. Für mich waren vorher so Katholiken eher so ganz schwieriges Völkchen. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, boah, die Sehnsucht nach Einheit einfach gespürt. Und mit diesen Gefühlen so bin ich dann eines Tages in München gelandet. Jetzt springen wir doch einige Jahre vor, jetzt sind wir fast zehn Jahre weiter. Dann mit Anfang 30 war ich dann in München. Und dort wollte ich eigentlich, aus Jobgründen war ich an der Uni, habe ich da gearbeitet und habe dann eigentlich nach einer Freikirche gesucht, nach charismatischen. Und wo bin ich gelandet? In zwei katholischen Gebetskreisen. Ich dachte, okay, Herr, was hast du vor? Einer davon, noch ein Klostergebetskreis, Passionistengebetskreis, ich wusste gar nicht, was Passionisten sind. Bin da mal hingegangen und bin hängen geblieben, war direkt da der feste Pianist. Und habe da auch meine jetzige Gruppe kennengelernt, die Hope City, alles in dieser Zeit. Ja, zwei katholische Gebetskreise. Ich bin im Kloster Parsing dort, München-Parsing. Und schon beim ersten Mal dort sehe ich die LNA. Habe gleich gedacht, wow, die spreche ich mal an. Genau, Strategie vorbereitet, bin gleich mal hin. Habe mit ihr geredet, meine Visitenkarte dabei gehabt und das Gott war so gnädig. Sie hat eine Klavierlehre gesucht. Tja, da war ich. Und kurze Zeit später haben wir dann in unseren ersten Klavierstunden, und ich weiß noch beim ersten Mal, als ich dort war, sie hat in der WG gewohnt mit anderen Mädels. Ich habe die gerne die Beetschwestern-WG genannt. Und ich komme da rein, das Klavier war in der Kapelle, wir haben unseren Unterricht gestaltet. Und auf einmal mittendrin, hinterher habe ich genau gecheckt, es war genau 12 Uhr. Manche können schon ahnen, was passiert. Kommt einer der Mitbewohnerinnen rein, zur Marienstatue, die dort stand, hin. Elner steht auf, geht auch hin. Auf einmal fangen sie an, gegrüßt, seist du Maria, Engel des Herrn. Wer kommt, was ist, habe ich gar nicht ausgekannt. Und das war schon so eine erste Erfahrung mit ihr. Und nach der Klavierstunde, also erst oder irgendwie in der Zeit, hat sie mir auch mal ein Traktat hingelegt mit eucharistischen Wundern. Und sagt, okay war das damals. Für mich damals, katholische Kirche, schon ein bisschen offen, aber nicht mehr ganz Sekte, aber immer noch extrem schwierig für mich. Und ich habe so gedacht, echt hübsch, aber die ist so katholisch, da kommt schon das Weihrauch irgendwie aus den Ohren. und ich muss erst mal drei Stunden beten, bevor ich in ihre Nähe darf. So, das war mein Gefühl gewesen. Ja, und du hast auch schon das ein Teil gedacht. Ja, und was ich gedacht habe, ich habe gedacht, oh Mann, der ist so anstrengend, der redet und redet und redet. Die Frau, die den später mal abbekommt, die wird es echt nicht einfach haben. Ja, hier stehen wir. Ja, ich bete jetzt auch sehr viel als Missionar und ich bin immer noch anstrengend. Ja, so, das waren unsere Anfänge. Und dann ging es so, ja, etwa in den nächsten anderthalb Jahren, war auch mal in der Beziehung gewesen und so, und wir haben es eigentlich dann immer nur sporadisch mal ab und zu gesehen. Aber dann irgendwie eines Tages tatsächlich, wir können es gar nicht genau sagen, es war irgendwie mal gewesen, da hat es auf einmal gemerkt, da ist was, auf jeden Fall. Diese Treffen waren immer sehr schön, immer sehr gut verstanden, aber es war auch klar, zu katholisch und so. Und dann war da aber was zwischen uns. Und dann weiß ich noch, da hat die Ellen mal irgendeine Nachricht geschickt und da stand, wir müssen mal reden. Ich dachte, oh Mann, Frau, die reden will, das ist nicht gut. Aber es waren auch schon ein paar komplizierte Geschichten, dass ich nicht so wie eine Frau mit mir reden will. Und dann bin ich zu diesem Treffen gegangen und dann hat sie mir was offenbart. Genau, zum damaligen Zeitpunkt war es so, dass ich die Sehnsucht im Herzen hatte, Gott mich ganz zu schenken in einem geweihten Leben. Und das habe ich Tobias dann auch gesagt, weil ich ehrlich sein wollte, genau. Ja, und sie ist auch sehr klar gesagt. Und meine Reaktion war, die erste war erst mal, puh, Erleichterung, die wäre echt gefährlich geworden. Aber so eine krasse Katholikin, das war mir eh too much. Von daher, gut, nochmal gut gegangen ist in die Richtung, also nicht ganz, aber so in die Richtung. Ja, und dann war das so, das war dann Ende 2017, Anfang 2018, so von der zeitlichen Einordnung. Und das neue Jahr ist gestartet und ich habe gesagt, wow, ich muss mal was Radikales machen. Ich habe mir gemerkt, Beziehungsfragen noch kompliziert, so viel ist bei mir gerade nicht so geordnet. Und da habe ich ein wunderbares Männerprogramm entdeckt, Exodus 90, und ich grüße alle Exodus, Brüder da draußen. Und das hat sehr viel verändert. Also kurz gesagt, schaut euch das gerne mal an, kann ich sehr empfehlen. Es ist Gemeinschaft mit Gott, aber auch mit dieser Männerrunde, mit der man unterwegs ist, Gebet und Askese, eine echt intensive 90-tägige Zeit. Und am Ende dieser Tage, es war bei uns, wir haben das auf Pfingsten 2018 hingemacht. Und am Pfingsten hat es geendet und ich war danach, ich weiß noch, ich war laufen, und habe so beim Joggen so gedacht, boah, ich fühle mich so frei. Es hat so viel befreit bei mir. Und ein paar Beziehungsdinge waren noch kompliziert in der Zeit. Ich habe gemeint, ich muss jetzt mal alles loswerden. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, jetzt machen wir folgenden Deal. Ich gebe dir mal ein Jahr für ein Jahr. Also bis nächste Pfingst, das ist Pfingst 2019, suchst du mir eine Frau, sonst suche ich mir selber eine. Das ist mal eine steile Ansage an Gott. Ja, und ich war mir auch voll sicher, das Jahr werde ich Single sein. Und nur wenige Wochen später hat sich bei Ellen an mir was aufgetan. Auf einmal haben wir uns in einem, würde ich sagen, einfach kann man sagen, Prüfungsweg wiedergefunden. Also ich habe da auch echt gerungen und überlegt, weil ich gesagt habe, okay, ist schon auch ein bisschen gefährlich. Sie hat mir klar gesagt, dass ich den Weg der Berufung gehen will. Und dann haben wir gesagt, macht das jetzt Sinn, sich darauf einzulassen? Ich habe aber gemerkt, es ist größerer Schritt des Vertrauens, es zu sagen, okay, ich gehe in der Offenheit jetzt in so eine Prüfungsphase rein mit ihr. Und habe ja eines Tages gesagt, ich neige manchmal ein bisschen zum Dramatischen. Da habe ich gesagt, okay, Elena, entweder führe ich dich dann zum Trauertal oder vor die Klosterpforte. So machen wir das. So, das war so mein Gedanke. Und ja, du hast da auch was gesagt, Tobias, bei dir. Genau, also ich konnte es mir anfangs eigentlich gar nicht vorstellen, die Beziehung mit Tobias. Und habe gesagt, okay, Gott, ich will ihm jetzt einfach eine Chance geben. Und habe gesagt, Gott, wenn du mich an der Seite von Tobias siehst, dann zeig mir das eindeutig, dass ich es erkenne. Und ansonsten gehe ich einfach den Weg weiter, auf dem ich jetzt bin. Genau, so habe ich gebetet. Und dann war es so, dass ich dann eines Tages bin ich in die Kapelle gegangen zum Beten und habe einen Bibelferst gezogen aus Jesaja. Und da stand drauf, erbitte dir vom Herrn, deinem Gott, ein Zeichen. Und ich musste nicht lange überlegen, okay, was war gerade unklar, die Situation der Berufungsfrage. Und dann habe ich gedacht, okay, für mich wäre es ein Zeichen, also wenn der Tobi katholisch werden würde, und zwar durch Maria, dann wäre das für mich ein Zeichen, mit ihm gemeinsam den Weg zu gehen. Und ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, nicht einen Ansatz, für mich war das katholisch zu dem Zeitpunkt no way noch. Ich habe auch zehn Jahre davor gesagt zu meiner Bekannten, da hat ein bisschen was passiert, aber ich habe es wirklich mal wörtlich auch gesagt, wenn ich eins in meinem Leben weiß, dann darfst du, dass ich niemals katholisch werde. Und ich habe es extra halt auch nicht gesagt, weil das war nur ein Ding zwischen Gott und mir, und ich wollte überhaupt keinen Einfluss da nehmen, was genau das betrifft. Genau, und so ging dann die Zeit weiter. Wir waren dann mittlerweile ein halbes Jahr auf diesem Weg unterwegs. Und dann bei Anfang 2019, das wusste ich, es ist noch ein halbes Jahr bis Pfingsten. Ich habe gedacht, langsam wird es fahrlässig fürs Herz. Wenn wir jetzt noch lange so weitergehen, diese Offenheit, und es geht nachher schief, dann weiß ich auch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, Elena, folgendes, jetzt wird mir klar, das muss Gott gemeint haben. Ich habe mir das Jahr geweiht, ich wusste, am Pfingsten 19 wird etwas Großes passieren. Und dann habe ich gesagt, das war es, genau mit der Frau, habe ich ja gesagt. Also habe ich gesagt, Elena, wenn du bis Pfingsten kein Jahr für mich hast, trennen wir uns. So, das war die Ausgangslage. Und dann haben wir gesagt, wir müssen aber auch unseren Teil tun, wenn Gott seinen tun soll. Und das war einmal, ich habe gesagt, ich tue einen Teil, und zwar, ich gehe wieder in diesen Klostergebetskreis, da war ich nicht mehr ganz so oft, da gehe ich wieder regelmäßig jede Woche hin. Und ich gehe eine Stunde vor das Allerheiligste, eine Stunde eucharistische Anbetung. Zu dem Zeitpunkt war das für mich so, irgendwie spüre ich da schon was. Ich dachte eher, Gott ist halt gnädig, die Katholiken glauben halt, da ist er halt. Deshalb ist er auch dann doch ein bisschen stärker da, so in der Richtung war das für mich. Aber ich wusste es nicht, vielleicht ist er doch mehr da. Aber ich setze mich dem aus und frage Gott, bist du da? Und ich stelle ihm diese Frage auch des Weges. Und dann hast du auch was? Genau, ich habe mir auch gewusste Auszeiten genommen, um in die Stille zu gehen und einfach hinzuhören, was Gott möchte. Und bin einen Wallfahrtsort gefahren und auch mal in den Kloster und da in der Gemeinschaft mitzuleben und zu schauen, ob das was für mich ist. Ja, und das Dritte war, was Gemeinsames, dass wir gemeinsam auf so Paarexerzitien fahren. Und da haben wir uns vorgenommen, die sollten jetzt nicht ganz direkt vor Pfingsten sein, besser so vier, fünf Wochen vorher, dass wir die letzten vier Wochen noch ein bisschen unseren Kontakt auf jeden Fall reduzieren, um mehr hinhören zu können. Ja, und das war dann Anfang Mai, waren dann diese Paarexerzitien, Anfang Mai 2019. Und ich dachte so, ja, das ist, da prüfen wir auch das einzige Paar, was noch die Beziehung eigentlich geprüft hat. Die anderen waren entweder verlobt, verheiratet oder wussten es und ich war auch der einzige Freikircher, also das ist ja speziell. Und ich dachte, ich komme Elena näher, aber Gott hatte ganz andere Pläne gehabt dort mit mir. Es ist eigentlich eine eigene Geschichte, aber so kurz gesagt, ich kam das schon an, am ersten Abend solle man schon auf einen Zettel aufschreiben, was man Jesus in diesen Tagen geben will. Und ich habe ihm aufgeschrieben, Gott, ich gebe dir alles, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir meine Liebe, ich gebe dir auch die Elena ganz und auch unseren Weg. Und ich wünsche mir einfach, dass wir in die tiefstmögliche Liebe kommen, unabhängig davon, ob es jetzt ein gemeinsamer Weg ist oder ob es der andere Weg ist, habe ich in aller Offenheit gebetet. Und innerlich hatte ich dann so einen Ohrwurm gehabt, ein Lied, was extrem pränetrant immer die Frage gestellt hat, bist du bereit, alles hinter dir zu lassen? War ständig in meinem Ohr. Und so sind wir dann vor das Allerheilste gegangen, das ist immer paarweise vor, hat sich da hingekniet und das Gott gebracht. Und da hat es irgendwie angefangen, schon mit mir zu arbeiten. Und dann spielt er wieder nochmal, es spielt auf dem Zimmer, und die Elena mir was erzählt hat, draußen vor der Kapelle eben, hat sie mir einen Vers gezogen für uns. Und der Vers hat dann voll reingeschlagen, weil das war 1. Korinther 13, 13, das Größte ist die Liebe. Und das hatte ich ja gerade Gott auf den Zettel geschrieben. Und in dem Moment, als es ausspricht, spüre ich innerlich, dieses Lied wurde immer lauter, bist du bereit? Und auf einmal sage ich zu Gott, nein, ich bin mir nicht bereit. Und auf einmal sage ich, was mache ich da? Und auf einmal kam so, du hast mir gesagt, du gibst mir alles. Also, gib mir die Liebe, gib mir Ehe, gib mir Familie. Und ich sagte, Gott, wir haben gesagt, alles kannst du haben, das kann ich dir nicht geben. Gott, sagst du nochmal gesagt, gib mir alles. Und dann habe ich gesagt, in dem Moment konnte ich irgendwie sagen, okay Gott, ich gebe es dir. Und in dem Moment habe ich wie Verlustschmerz gespürt und einen priesterlichen Ruf. Richtig krass, ich habe angefangen zu weinen, ich habe zu erinnern und gesagt, ich packe es nicht. Ich bin Freikirche, ich bin ein priesterlichen Ruf, ich verstehe die Welt nicht mehr. Das war der erste Abend, der schon reingeschlagen hat. Und am nächsten Tag waren wir beide bei eucharistischen Anbetungen, knietend vorm Herrn. Ich direkt an ihrer Seite, sie hat so meine Hand genommen. Und ich schaue nach vorne zum Herrn und auf einmal spüre ich einen tiefen Frieden. Und jetzt bist du an der richtigen Stelle, da gehörst du hin. Ich spüre wie ein Zuhausegefühl und sage noch zu Gott, also ich spüre immer noch einen priesterlichen Ruf, aber ich will auch die Ehe. Wie geht das zusammen, priesterlicher Ruf und Ehe? Ich weiß nicht, aber ich glaube, du hast einen Weg. Und am letzten Tag dieser Exerzitien hat Gott mir echt eine Antwort gegeben. Und zwar war ein Vortrag zum Thema Ehe aus katholischer Sicht, Theologie des Leibes. Und da war ein Satz, der hieß, das Ehebett ist wie der Altar. Und ich dachte, wie krass, dann haben sie es noch erklärt. Also so in der Kommunion, jedes Mal erneuere ich das Sakrament. Und das Gleiche passiert in der Ehe, in der Vereinigung zwischen Mann und Frau. Jedes Mal wird das Sakrament erneuert. Auf einmal checke ich, wie krass, diese Würde hat die Ehe aus katholischer Sicht. Wie sich der Herr durch den Priester mir leiblich schenkt, dasselbe passiert in der Ehe. Das ist ja absolut krass, da habe ich aufgeschrieben, hey, das ist ja so. Das ist ja, alles andere kann man ja vergessen im Vergleich. Und schreibe auf, priesterlicher Ruf und Ehe geht ja doch, aber nur im katholischen. Ich gucke so hin, hey, was schreibst du da auf? Voll ertappt dabei, was ist das denn? Und auf einmal hat Gott mir alle Sakramente ausgelegt. Auf einmal habe ich die Eucharistie gecheckt, ich habe Maria gecheckt. Und es war in dem Moment, als würde mein Glaube einen Körper bekommen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich war so im Kopf, auf einmal dieser Raum ging auf. Und Gott hat noch eins draufgesetzt. Wir waren dann beim Mittagessen und es kam eine junge Frau dazu, die war da als Babysitterin dort nur ein paar Stunden zu Besuch und hat mitbekommen, ich bin Freikirchtern und hat dann mir ein Gespräch gesucht und einfach wissen wollen, warum wir Freikirche so ein Problem haben mit der eucharistischen Anbetung, solche Dinge. Dann habe ich ein bisschen darüber erzählt und nachher haben wir einfach zusammen gebetet. Ich habe für sie gebetet, habe ihr auch so ein bisschen meinen Weg erklärt, habe mir auch gesagt, wie das Katholische für mich war und wie ich mich einfach geöffnet habe mit dem Ganzen. Und dann bete ich für sie und bekomme ein Bild und wegen diesem Bild, das hat bei mir eigentlich den Ausschlag gegeben, ich habe gesehen, ein dunkler Raum, es ist nur sozusagen der Herr des Allerheiligsten angestrahlt, die Hostie angestrahlt und der Lichtgeber wird immer größer. Man sieht den Tabernakel, das Kreuz, Maria, alle Engel und Heiligen, bis alles erhellt ist, das pulsierende Herz Jesu, aus dem alles erwächst. Ich habe mir später noch wie Adern gesehen und auf einmal habe ich eine Antwort bekommen. Ich habe immer gesagt, freikirchlich sein ist Jesus Punkt, Jesus allein und katholisch sein ist Jesus und, und Maria und alles mögliche Zeug. Und ich wollte Jesus Punkt und auf einmal ist Folgendes passiert, aus dem Jesus Punkt wurde Jesus Doppelpunkt. Es geht alles um Jesus, aber er lädt in die ganze Fülle ein. Und da hat er mich eingeladen und, ja, kurz gesagt, ich bin dann, nur vier Wochen später bin ich am Pfingstsonntag, genau an jedem Tag, den ich gesetzt habe, in der Heiliggeistkirche, das war dieser Ort, wo ich jetzt auch arbeite, da bin ich katholisch geworden. Und, ja, so war eigentlich dann auch eine Antwort für mich da, eigentlich. Ja, also ich habe das dann schon registriert, dass der Tobi katholisch geworden ist, aber das war, es ist irgendwie nicht angekommen im Herzen. Also das war einfach nicht so da. Ich habe es nicht begriffen möglich. Ja, und es ging, ich muss jetzt alles kurz sagen, aber es ging echt Schlag auf Schlag weiter. Ich stand nämlich Anfang 2019, das war das Krasse, ich stand an einem richtigen Scheidepunkt in meinem Leben. Kurz gesagt, es ging darum, bin ich in den nächsten Monaten verbeamtet, verlobt und bleibe in München oder ich bin Single, arbeitslos und ziehe weg. In dieser Perspektive ist all das passiert und jetzt ging es in meinem Job darum, ob der ausläuft oder ob der entfristet und zur Beamtung werden würde. Und es war alles dann klar, ich werde den Job verlieren, es war irgendwie auch klar, er und ich, es war auch noch keine Klarheit da, es war alles sehr, sehr schwierig. Und dann bin ich katholisch geworden, eigentlich hat sich nichts beantwortet, aber ich habe gespürt, ich bin in meiner Ordnung und Gott macht den Rest. Innerhalb von wenigen Wochen neuen Job gehabt, neue Stelle, Radio Maria, Schweiz, nach Radio Maria einen Job bekommen, einen WG-Platz mit einem Priester in der WG, in der Kirche, also Pfarrhaus der Kirche mit Allerheiligsten, also katholischster Job in der katholischsten WG, alles innerhalb der wenigsten Wochen und auf einmal war ein ganz neuer Weg offen. Also auch das will ich noch nachreichen, es war Maria auf einmal ganz stark da und sie war auch vorher schon da, es war während dieser Exodus-Phase, hat es im Gebet schon mal jemand mir gesagt, sie hat das Gefühl, Maria wird mich nehmen und einen neuen Weg führen. Ich habe mich voll geärgert damals, das war eben ein Jahr davor und jetzt war dieser Weg auf einmal da, also war wirklich katholisch durch Maria im Endeffekt. Genau und während diesem Zeitpunkt bin ich eine Freundin besuchen gefahren und ich habe mich mit ihr unterhalten und hat sie wie aus dem Nichts plötzlich gesagt, du hast dein Zeichen bereits bekommen, obwohl sie nichts von diesem Zeichen wusste und ich habe gedacht, hä, was meinst du damit und so, ja ich soll dir das einfach sagen. Gut, einen Monat später begegne ich einer anderen Freundin und dann sagt sie zu mir, Gott hat dir bereits alles gezeigt, es gibt nichts mehr Neues zu zeigen und sie wusste auch nichts von diesem Zeichen. Ich habe gedacht, was, was, bin ich jetzt, stehe ich völlig auf dem Schlauch? Genau, ich habe es nicht begriffen in dem Moment. Ja, tatsächlich, da hat es mich gehen lassen, tatsächlich. Ja, im September. Was aber auch wichtig war. Ja, es war wichtig, definitiv. Ich musste alles verlassen. Es war wirklich wie ein Ruf in die Wüste, es war wirklich dieses wahre Exodus raus. Es kam wirklich so, es war eigentlich dramatisch, war wie so ein Kidschfilm oder so. Umzugswagen gepackt, Elna hat mir noch gewunken und wir haben gesagt, okay, ich fahre jetzt in die Schweiz, ich sage, ich bin gut angekommen und dann mache ich meinen Cut, dreieinhalb Monate bis zum 1.1.2012 Uhr. Habe ich auch in meinen Kalender geschrieben, also quasi nach dem Engel des Herrn mit dem Papst, das war so unser Ziel. Dann werden wir es wiedersehen und dann tauschen wir es aus, was Gott gesprochen hat. Und dann sind wir in die Schweiz, bin da angekommen und habe echt eine starke Zeit dort auch direkt erlebt und habe auch tatsächlich auch gedacht, ich muss diesem priesterlichen Ruf mal nachgehen. Weil es ist so krass, in wenigen Wochen vom total überzeugten Freikirche, zack, und dann mit Maria, das war eigentlich alles too much fast schon, ich muss es ernst nehmen. Und in dieser Zeit ist mir auch ein Gebet sehr wichtig geworden vom Heiligen Bruder Klaus, dass ich seitdem jeden Tag bete. Und da habe ich einen Song geschrieben und jetzt möchte ich kurz ein kleines Musik-Break machen, bevor wir dann in die nächste Phase gehen und euch diesen Song jetzt spielen. Ich trinke kurz vorher noch was. Ich trinke. Vielen Dank. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Gib mich ganz zu eigen dir, gib mich ganz zu eigen dir. Gib mich ganz, nimm mich ganz, ich geb mich ganz zu eigen dir. Nimm mich ganz zu eigen dir, nimm mich ganz zu eigen dir. Ja, das war mein Gebet, das war meine Frage, Gott, was sind deine Pläne? Und so die ersten Wochen sind sie da hingegangen und ich habe die Eltern wirklich auch ganz abgeben können und mich ganz auf diesen Weg dort einlassen können. Und dann ist einfach, was passiert, was ich krass fand, ich habe auch angefangen, von Elena zu träumen. Und zwar nicht einmal, sondern innerhalb von zehn Tagen fünfmal. Und ich habe in der Zeit auch irgendwie geahnt, ich wollte eigentlich wissen, wie sie geht zumindest. Ich habe gesagt, nein, kontaktiere sie nicht, kontaktiere auch ihre beste Freundin nicht. Ich sage, Gott, ich will irgendwas tun. Okay, ich habe gesagt, Gott, ich gebe dir 40 Tage. Solange kann ich es noch schaffen, so die Richtung. Sprich zu mir. Und dann der Zeit kam mein Mitbewohner zu mir, meinte zu mir, Du kennst schon die dreistägige Andacht zum heiligen Josef. Nee, keine Ahnung, Frischkatholik noch, gell, noch nicht alles gekannt. Okay, ich lasse mich mal drauf ein. Ziemlich starkes Teil, also kann ich auch allen sagen, sehr ans Herz legen. Also ich bin mal überrascht, wie katholisch ich das schon war. Also wirklich direkt, der heilige Josef. Und der Zeit ist dann wirklich, da habe ich alles reingelegt. Ich habe auch gemerkt, ich habe nicht diesen Ruf zu diesem Art von Priester, sondern Priester der Familie. Und habe das einfach weiter verfolgt und immer wieder auch Zuspruch bekommen. Und dann gab es tatsächlich ein Ereignis. Ich bin nach München gefahren. Da hatte ich ein Treffen und habe eigentlich ziemlich geahnt, weil ich auch in dem Gebetskreis, wo wir uns kennengelernt haben, auch ausgemacht habe, dass ich da kurz erzähle, wie es mir so ergangen ist. Und habe geahnt, wahrscheinlich treffe ich sie dort. War mir nicht sicher. Auf dem Weg dachte ich, nochmal gut vorbereiten, noch die Novene zur Knotenlöserin gebetet. Also sehr katholisch, ja. Und auf dem Weg schon war der sechste Tag der Knotenlöserin. Da hieß es so, du musst mir auch die Zeit geben, den Knoten zu lösen. Und ich wusste, sie ist nicht da. Ich habe es einfach irgendwie gewusst, sie wird nicht da sein. Ich komme hin, sie war nicht da. Erfahre aber von ihrer besten Freundin, erfahre ich, sie ist gerade im Kloster Maria Schutz. Okay. Ich habe gesagt, okay, muss ich so hinnehmen. Habe aber in der Zeit echt immer die Gnade gehabt, dass nach Novenen Gott immer was getan hat bei mir, im ersten Jahr ich katholisch war. Und ich wusste, an diesem neunten Tag ist der Sonntag, wo ich zurückfahre, nach München zurückfahre, äh, von München nach Zürich zurückfahre, da wird was passieren. Und dann bin ich nach Hause gefahren, komme zu Hause an, war alles nichts spektakuläres. Äh, groß passiert. Ähm, und dann, ähm, treffe ich meinen Mitbewohner und erzählt mir, ja, er wird jetzt in den Urlaub fahren. Am nächsten Morgen haben wir uns getroffen, aber er fährt irgendwie jetzt in den Urlaub. Ich sage, aha, okay, schön, wo geht es denn hin? Ja, zuallererst fahre ich jetzt in das Kloster Maria Schutz nach Österreich. Ich sage, was? Moment, genau da, wo Elena genau zu diesem Zeitpunkt ist. Und, ähm, ja, und dann habe ich auch noch erfahren von ihrer besten Freundin, sie hat mir das noch erzählt, dass die Elena auch die Knotenlöserin betet. Und zwar das erste Mal in ihrem Leben, fast zeitgleich, es war nur wenige Tage verschoben. Und dann hast du ja auch meinen Mitbewohner noch getroffen, gell? Genau, dann bin ich, ähm, in Österreich dem Schweizer Mitbewohner vom Tobi begegnet und war natürlich neugierig, habe ihn erstmal gefragt, wie geht's dem Tobi und so. Genau, und in dieser Zeit, ich war zehn Tage dort, hat mich besonders ein Vers oder eine Textstelle aus dem Buch der Weisheit begleitet. Ich habe ganz am Anfang einen Bibelfers gezogen aus dem Buch der Weisheit und den möchte ich jetzt gern mit euch teilen. Mal vorlesen. Ich habe ihn da. Genau, ich hoffe, er wird jetzt gezeigt. Ah, da ist er schon. Perfekt. Denn welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen oder wer begreift, was der Herr will? Unsicher sind die Überlegungen der Sterblichen und einfältig unsere Gedanken. Wir erraten kaum, was auf der Erde vorgeht und finden nur mit Mühe, was auf der Hand liegt. Wer ergründet, was im Himmel ist? Wer hat je deinen Plan erkannt, wenn du ihm nicht Weisheit gegeben und deinen Heiligen Geist aus der Höhe gesandt hast? Genau, und da habe ich gedacht, ja klar, da steht es geschrieben. Gott, ich brauche deine Weisheit. Gott, ich erkenne ja kaum, was vor mir liegt und ich brauche deine Hilfe und habe täglich einfach um die Weisheit Gottes gebeten und geflieht. Ja, ich habe auch geflieht tatsächlich. Das war so richtig so ein Punkt, wo ich... Ich weiß, es war um den dritten Advent herum, bin ich wirklich auch mal auf die Knie gegangen und habe gesagt, Gott... Also ich muss dazu sagen, ich habe kurz davor erfahren, also wir hatten indirekt Kontakt über die beste Freundin, um einfach auszumachen und uns wiedersehen. Und ich habe dann erfahren von der besten Freundin, ja, Ellen hat schon auch erwähnt, dass sie mich vermisst, aber sie hat noch keine Klarheit. Und sie plant sogar, statt zu ihren Eltern, wo sie sonst immer bei Weihnachten hinfährt, im Kloster zu bleiben, um noch Zeit zum Prüfen zu haben, und überlegt noch auf ein Berufungswochenende Ende Dezember zu fahren. Ich dachte, oh no, okay. Also richtig krass. Und dann bin ich auf die Knie mal gegangen und habe gesagt, Gott, ist mir egal, was du machst und wenn du Jesus vorbeischickst oder Maria, ist mir egal. Gib Klarheit, bitte gib Klarheit, egal um welche Richtung es geht. Denn wenn es jetzt nach über anderthalb Jahren ist menschlich gesehen nicht mehr möglich, dass da Klarheit kommt, wo soll es herkommen? Wenn es jetzt kommt, dann kommt es von dir. Das habe ich ihm so hingelegt. Und ein paar Tage später, es war am 17.12., weiß ich noch ziemlich genau, hatte ich den ganzen Tag schon so einen echt herausfordernden Gedanken gehabt. Ich wusste, wir sehen uns dann wieder, spätestens da am 01.01. und dachte, wollen wir uns ein Wiedersehen? Solltest du Ellen einen Verlobungsring kaufen? Und ich dachte, okay, ein bisschen krass. Mein bester Freund hat es erzählt. Der meinte, oida, so ein Wiener, oida, so eine Deppert. Du übertreibst mich. Ich habe mich über drei Monate nicht gesehen. Du willst doch einen Ring mitbringen. Sag mal, bist du total durchgeknallt. Und ich sage, ja, Moment, ich habe nicht gesagt, ich mache den Antrag. Nur, falls Gott den Genigant schenkt, muss ich einen Ring dabei haben, sonst kann ich ihn nicht machen. Also, ich glaube, mach mal Pianissimo so in die Richtung. Ich habe das aber übel gespürt, ich soll das tun. Ich kam nach Hause in die WG, bin direkt vor das Allerheiligste gegangen, auf die Knie. Ich habe gesagt, Gott, bin ich jetzt total, also bin ich durchgeknallt. Ich habe nur eine Frage an dich. Soll ich, Elena, einen Verlobungsring kaufen? Ja oder nein? Gib mir ein Zeichen, such dir eins aus, aber mach es bitte eindeutig. Das war mein Gebet. So etwa zwei Stunden später wollte ich schlafen gehen und habe dann so gedacht, Moment mal, du hast jetzt noch drei Tage Zeit dann fest nach Hause über Weihnachten zu deinen Eltern. Kann man in drei Tagen überhaupt einen Verlobungsring kaufen? Ich habe ja keine Ahnung. Guck doch mal nach, ob das überhaupt geht. Vielleicht machst du dich umsonst verrückt, das ist eh nicht möglich. So und dann bin ich, habe ich geguckt in Google, auf meinem Handy geschaut, habe ich eingegeben, Verlobungsringe, und ihr kennt das ja, dann fragt Google in der Nähe suchen. Okay, in der Nähe suchen. Und dann habe ich geguckt, was ist denn in der Nähe? Dann habe ich im erstbesten Shop geklickt und dann habe ich Folgendes gesehen. Genau, ihr seht es eingeblendet. Und dann bin ich da oben auf dem Pfeil hoch auf das Menü, habe da einmal draufgeklickt und dann kam folgende Seite. Dann stand da Verlobungsringe Übersicht. Ja, bin wieder drauf, habe draufgeklickt und dann kam die nächste Seite gescolt. Dann dachte ich jetzt, guck mal, geh runter, sehe so, aha, hier steht Modelle anzeigen. Dann klicke ich auf Modelle anzeigen und es kommt folgende Seite. Und ich denke so, Elena, Verlobung, kann das sein? Ich war fertig mit den Nerven. Kann Gott so antworten? Mach es eindeutig. Er hat mir ein Schild gemalt. Gott schon mal hat mir ein Schild auf mein Bild. Da geht es doch nicht. Ich war fast überfordert in dem Moment. Das kann nicht sein. Der nächste Tag kommt, ich bin abkommen schlafen, war voll fertig mit den Nerven. Sie wusste, ich habe lange noch nichts gewusst. Und ich denke da, jetzt muss es durchziehen. Du hast gesagt, jetzt muss es durchziehen. Ich war voll so am Zögern. Gehe so langsam so diesen Weg, hat so einen Termin ausgemacht mit diesem Luxusjubelier da und gehe da so langsam hin und denke so, bitte Herr, bitte sei mir nicht böse, aber ich brauche noch ein Zeichen. Ich brauche noch ein Zeichen, ja. Und Gott ist so gnädig. Er ist so gnädig. Unglaublich. Ich habe sofort den Gedanken, ruft die beste Freundin an von der Elena. Da dachte ich, die erreicht das nie. Das mache ich einfach mal, reicht mal eh nicht. Ruf an. Mailbox war klar. Ich gehe ganz langsam weiter. Irgendwie schon fast der Mut zu Ende. Ruft sie mich zurück und wir plaudern. Mittlerweile war ich an diesem Jubelier angekommen, bin so auf und abgetigert. Ich wusste nicht, was ich von ihr will. Ich wusste nicht, was ich da warte. Das Gespräch war eigentlich zu Ende. Und sie fragt, gibt es noch irgendwas? Ich sage nur, gibt es irgendwas Neues von der Elena? Sie meint, nö, eigentlich nicht. Doch, doch eine Sache. Sie fährt jetzt doch zu ihren Eltern nach Hause und fährt nicht aufs Beruchungswochenende. Ich dachte, da fährt sie hin. Nicht? Ach nicht, Gott sei Dank. Und das war für mich dann wirklich das Go. Geh jetzt in dieses Geschäft rein. Es war so ein reiner Diamantenjubelier. Ich bin da reingegangen, habe mich komplett am Fehlernplatz gefühlt. Es kam schon so ein Mädel da angelaufen. Na, guten Tag. Ich war so nervös. Ich meinte, ich habe gestern zu Gott gebetet. Und meine Freundin, die heißt Elena. Und da habe ich gefragt, Gott, gib mir ein Zeichen. Und dann kam Elena. Also Ring Elena. Aha. Dann hat sie gesagt, diesen Ring. Einen anderen. Genau den. Genau den Ring würde ich haben. Und als sie dann kam, ging es darum, ja, aber wissen Sie, es ist nicht so ein Fake-Antrag, wie ich das meinen würde. Sie kann Nein sagen. Also es ist nicht so, kann man den auch irgendwie umtauschen oder so? Ist das wirklich nicht überzeugt? Nee, man muss die Hälfte anzahlen und man kann den nicht umtauschen. Ich dachte so, okay, jetzt geht es um alles. Und da habe ich echt den Moment gespürt, als ich dann irgendwie da unterschreiben musste, bist du dir sicher, dass du Leben mit ihr verbringen willst? Also bist du von deiner Seite auch sicher? Sag, ja, ich glaube, ja. Und in dem Moment, als ich es unterschrieben habe und angezahlt habe und rausgegangen bin, kam voll der Friede. Und ich wusste, egal, auch selbst wenn sie jetzt nicht Ja sagen würde, der Ring hat Jesus ja ausgesucht. Den kriegt sie auf jeden Fall. Und dann hatte ich den Frieden. Und das war eben dann kurz vor Weihnachten, eine Woche vor Weihnachten. Wir haben dann am vierten Advent abends das erste Mal nach über drei Monaten telefoniert, um einfach ein Treffen auszumachen. Ich weiß noch, wie ich dich angerufen habe. Hast erst aufgelegt, bist du sicher, dass du angerufen willst. Ja, genau. Und dann waren wir im Gespräch. Und sie erzählt mir übrigens, als du dann meine beste Freundin angerufen hast, da saß ich gerade neben ihr. Und ich nur so, wenn du wüsstest, was ich da gemacht habe. Und dann gegen Ende des Gesprächs ging es um unser Treffen. Und ihr war mein Vorschlag zu früh. Und dann meine ich zu ihr so, ja, brauchst du noch Zeit zum Prüfen? Also ich war immer noch nicht klar, dass sie jetzt Klarheit hat. Ich dachte, sie gibt halt einfach auf, das erzwingen zu können. Und sagt, jetzt fahre ich mal nach Hause, lass das Thema mal ein bisschen ruhen. Und dann kommt vielleicht das irgendwie nebenbei. Und sie sagt, nee, ich habe jetzt Klarheit. Bist du sicher? Ja, sicher. Und dann habe ich sie gefragt, wann hast du denn Klarheit bekommen? Und dann hat sie mir das Datum gesagt. Und ich muss mal was nachgucken, habe ich gemeint, ich schaue nach. Und habe dann erst gesagt, ich muss jetzt schnell das Gespräch beenden. Habe relativ schnell aufgelegt. Und ich gucke meinen Kalender am 17.12. Am selben Tag, wie Gott mir gesagt hat, ich soll den Ring kaufen. Am selben Tag hat sie nach über 1,5 Jahren das Zeichen von Gott bekommen. Und ich war also echt fertig mit Nerven. Ich bin in den Tränen ausgebrochen. Mir war es eigentlich fast zu viel. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Das war genau an diesem Tag. Und dann haben wir uns wieder gesehen. Es ist ein anderer Tag geworden, wie er geplant war. Ganz passend für uns. Und es war nämlich dann der 9.12. Das war das Hochfest der Heiligen Familie. Also richtig, das war unser Wiedersehen an diesem Tag. Und dann habe ich dich wieder gesehen. Und dann habe ich auch gefragt, ich habe noch nichts von meinem Zeichen. Der Ring war dabei. Ich habe gesagt, Gott, ich brauche drei Tage, um das gut vorzubereiten, dass es überhaupt möglich sein wird. Hat dann genau gepasst. Also habe erst zu wissen wollen, wie war das bei dir? Was war das Zeichen? Genau, die Frage jetzt, wie ich Klarheit bekommen habe. Und zwar am 17.12., das Datum. Wir waren mit einer kleinen Gruppe im Gebetsraum und haben einen Lobpreis gemacht. Und der 17.12., das war der erste Tag der O-Antiphonen. Die O-Antiphonen, das sind Gebete, die die Kirche vor Weihnachten betet. Und wir haben, genau, die erste O-Antiphonen gebetet. Das war O-Weisheit. Genau. Und wir haben einfach um Weisheit gebeten und sind danach rausgegangen. Und dann kam der dortige Priester auf mich zu und hat mir gesagt, ich habe es auf dem Herzen, dir zu sagen, du hast dein Zeichen bereits bekommen. Und wenn du jetzt weißt, was das bedeutet, dann kannst du deine Prüfungsphase abschließen. Und in diesem Moment war plötzlich die Klarheit da. Also es war die dritte Bestätigung am Tag der Weisheit, O-Weisheit. Und plötzlich war das da. Und es war für mich dieses Zeichen, das war für mich eine äußere Bestätigung für das, was eigentlich im Herzen war. Ja, genau. Und dann war es eigentlich klar. Genau. Ja, und dann habe ich hier am 01.01.20 um 12 Uhr den Antrag gemacht. Ja, und jetzt stehen wir hier. Also haben dann noch eine Verlobungsmesse gehabt am 19. März, Heiligen Josef. Also haben wir wirklich den Weg so weitermarschiert. Und dann haben wir letztes Jahr, also vielleicht muss ich noch einschieben. Dann gab es noch einen Rückumbruch. Ich hatte alles verlassen, bin in die Schweiz, muss ich noch kurz einschieben. Und dann hat sich der Weg nach München aufgetan. Auf einmal stand auch der Weg einer beruflichen Berufung, sage ich mal, im Raum. Nämlich in den Vollzeitdienst zu treten als Musikmissionar bei der geistigen Gemeinschaft, wo ich jetzt eben bin, bei der Hope City. Und das alles ist da auch noch passiert. Ich bin dann zurück nach München. Also Gott hat alles, was ich verloren habe, was ich losgegangen habe, Job, meine geistige Heimat, die Stadt, vor allem auch die Elena, mir alles zurückgeschenkt. Und dann hatten wir am 12. Juni Hochfest der Vereinigten Herzen Jesu und Mariens. Am 11. Juni war das Herz Jesu Hochfest. Das haben wir auch den Vereinigten Herzen, haben wir unsere Ehe geweiht. Und da haben wir noch ein großes Geschenk auch erfahren. Also Gott hat uns immer noch wirklich auch viele kleine und größere Geschenke gemacht. Wir mussten aufgrund von Corona eigentlich splitten. Das heißt, wir haben die Trauung am 12. Juni geplant und die Feier eigentlich dann nochmal deutlich später auf einen anderen Ort. Und am Montag vor unserer Trauung wurden die Bedingungen geändert von erlaubten 10 Personen draußen auf 100 Personen. Das war für uns totales Wunder. Und dann haben Freunde von uns unter einer Woche oder knappen Woche noch komplett eine Feier in München auf die Beine gestellt. Also war ein Riesengeschenk. Und was dann Gott auch getan hat, das ist diese Geschichte. Ich habe euch am Anfang erzählt, wie ich dieses Bild bekomme, wie Gott dieses Bild mit zugesprochen habe. Die Frau für mein Leben zu mir führen, wie er ihre Hand in meine legt. Und welche Frau kann er mehr zu mir führen, als eine, die sich ihm versprochen hat. So war es ja bei dir, so war es bei Elena. Glaubst du noch ein gutes Bild auch gesehen von unserer Hochzeit. Und dann hat Gott das noch auf eine besondere Weise nochmal mir gesagt, nochmal gezeigt dieses Bild. Es war 17 Jahre her, dass ich diesen Schufbruch bekommen habe. Also oft auch so starke Zusagen von Gott kriegt man öfter auch dann, wenn es eher lang dauert und schwer wird, nicht weil es kurz dauert. Es war 17 Jahre her. Und bei der Trauung, zu Beginn der Trauung, hat der Elnas Vater, also mein Schwiegervater, hat sie zu mir geführt und hat sozusagen ihre Hand mir übergeben mit den Worten, ich übergebe dir meine Tochter. Und das war halt so stark, es wird der himmlische Vater wirklich das jetzt so nochmal wirklich machen und ihre Hand mir übergeben, ja. Genau, das war, das ist sozusagen wie Gott diesen Weg gegangen ist. Wir haben unseren Trauvers gewählt. An der Liebe zueinander wird die Welt ihn erkennen. Nach Johannes 13, 35. Diese Geschichte, die wir erfahren haben. Und ja, da hast du auch was gesagt bekommen, was das eigentlich nochmal so viel ausfällt. Genau, was ich euch noch mitgeben möchte. Das hat mir damals eine Schwester gesagt, was mir sehr geholfen hat. Und sie hat gesagt, am Ende, wenn du vor Gott stehst, wird er dich nicht fragen, welchen Stand hast du gewählt oder welchen Beruf, sondern er wird dich nach deiner Liebe fragen. Ja, und um die Liebe, da geht es. Und das ist, was wir seit dem Tag auch versuchen, da mehr drin zu leben. Und ich möchte es auch einfach jedem von euch jetzt auch sagen. Gott tut heute noch Wunder, er spricht, er spricht aber auch ganz unterschiedlich. Im Herzen, mal durch Zeichen, mal einfach durch was anderes. Aber manchmal, das Wichtigste, er ist einfach immer da. Egal welchen Weg ihr weht, egal wo ihr hingeht, er geht mit euch an eurer Seite mit. Und wünsche ich so sehr, dass wir immer mehr in diese Liebe hineinkommen, zu ihm, zu uns selbst und zueinander, damit es seine Liebe ausstrahlen kann in dieser Welt. Und ja, so wollen wir das Ganze jetzt nochmal beschließen mit einem Lied. Und das ist eine Lichtstrahle auf, wo das einfach nochmal ausdrückt. Und das ist eine Lichtstrahle auf, wo das einfach ausdrückt. Oh Herr, dein Lichtstrahle in unsere Zeit. Mach unsere Herzen für dich bereit. Wir wollen mehr von deiner Herrlichkeit sehen. du bist so unbeschreiblich schön woher dein lichtstrahl in unsere zeit nach unsere herzen für dich bereit wir wollen mehr von deiner herrlichkeit sehen du bist so unbeschreiblich schön dein lichtstrahl auf dein lichtstrahl auf dein lichtstrahl in unsere zeit dein lichtstrahl auf dein lichtstrahl auf dein lichtstrahl auf in unsere zeit Dein Licht strahle auf, Dein Licht strahle auf, Dein Licht strahle auf in unsere Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017